Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Welche Fehler kann man bei der Bewertung von HiFi machen und wie kann man sie vermeiden? Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Es geht heute um ein größeres Thema und um ein wichtiges Thema, würde ich auch sagen. Es geht nämlich darum, was kann man bei der Bewertung von Anlagen oder Komponenten beim HiFi-Kauf oder einfach auch nur so beim Hören falsch machen und vor allem, was kann man tun, damit es bessere Ergebnisse gibt. Fehler Nummer eins, unfit hören. Hören ist tagesformabhängig, immer. Und eine leichte Erkältung kann ein valides Hörergebnis definitiv verhindern. Schlechte Laune allerdings auch. Und auch nach längeren Lärmbelastungen, zum Beispiel lange Autofahrten, Flüge, Zugfahrten, was auch immer, ist man nicht hundertprozentig in der Lage, das zu beurteilen, was einem da vorgesetzt wird. Fehler Nummer zwei ist die Verwendung von komplett unbekannter Musik. Wenn man gar nicht weiß, was da rauskommen soll, wie die Ergebnisse sein sollen, dann kann man das auch nicht irgendwie beurteilen. Da hat man keine Referenz. Also von daher sind die zum Teil ja regelrecht totgespielten Referenzaufnahmen, die man dann auf Messen oder auf Ausstellungen praktisch in jeder zweiten Kabine, auf jedem zweiten, dritten Stand hört. Natürlich auch völlig nervig, führt aber auch dazu, dass man da einen gewissen Standard bekommt, dass man da schon einfach weiß, was einen klanglich erwartet. Dazu kommt, dass neue akustische Reize eher zu einer gewissen Euphorie beim Hören führen, weil das ist ja neu und spannend und das hat aber dann nichts unbedingt mit einem Langzeithörerlebnis zu tun, was dann deutlich valider ist. Fehler Nummer drei, die ausschließliche Verwendung von elektronischer Musik. Elektronische Musik ist dazu gemacht, dass sie immer irgendwie klingt, egal auf dem Handy oder auf einer richtig tollen Anlage. Das hat aber nichts mit Natürlichkeit und solchen Dingen zu tun. Also wenn man hier wirklich die Qualität von Komponenten oder von Anlagen erfahren möchte, macht es Sinn, sich zum Beispiel Testmusikstücke mit menschlicher Stimme anzuhören, weil da ist das Gehör evolutionsbedingt sehr, sehr sensibel. Und auch akustische Instrumente sind eher geeignet, Natürlichkeit zum Beispiel zu beurteilen. Fehler Nummer vier, schnelle Entscheidungen. Das Entfalten von Lästigkeitseffekten in der Musik. Braucht Zeit. Wenn man nur kurz irgendwo reinhört, merkt man eventuell gar nicht, dass mit der Musik irgendetwas nicht stimmt, was ein gewisses Unwohlsein verursacht. Das ist so ein bisschen wie beim Glutamat im Essen. Das schmeckt erstmal alles wieder ganz toll und nach einer Zeit wird man es aber irgendwie müde und man sehnt sich dann nach den echten Aromen. Ich selber habe auf Ausstellungen schon Setups gehört, die klangen irgendwie larger than life und ich dachte, wow, was für ein Hammer, was für eine Wiedergabe, wie toll. Diese Wow-Effekte verflüchtigen sich irgendwann und machen dann einer gewissen Hörermüdung Platz. Ich selber wollte dann zum Beispiel bei diesen Vorführungen einfach nur noch raus und meine Ruhe. Ich selber halte eine möglichst transparente, möglichst artefaktarme Wiedergabe der Musik für das erstrebenswerte Ziel, weil ebenfalls nach meiner Meinung nur das zu einer längerfristigen Zufriedenheit, zu einer Beglückung beim Hören führt. Speziell das schnelle Umschalten zwischen Lautsprecherboxen halte ich für sehr kritisch, weil es da üblicherweise so ist, dass der Lautsprecher, der minimal lauter ist oder der aber in einer bestimmten Frequenz eine leichte Überhöhung hat, als derjenige wahrgenommen wird, der vermeintlich besser klingt. Und auch das hat nichts mit dem Langzeiteffekt zu tun. Das ist so ein bisschen wie bei dem UKW-Radio, wo man mit dem Jograd irgendwie die Sender durchscrollt und man bleibt bei dem lautesten Sender hängen, weil der vermeintlich besser klingt. Der ist aber in den meisten Fällen einfach nur sozusagen übel aufgepimpt, damit man eben hängen bleibt. Aber das hält man dann nicht lange aus. Fehler Nummer 5, unklare Wünsche an die Anlage. Warum will ich überhaupt diese Komponente oder diese Anlage hören? Geht es mir um die höchstmögliche Klangqualität? Was beurteile ich da eigentlich? Oder will ich tatsächlich vielleicht einfach nur eine Akustiktapete für eine Hintergrundbeschallung möglichst komfortabel fernbedienen können? Geht es mir um den Komfort? Oder, auch das gibt es ja natürlich, geht es mir um das Image? Geht es mir um die Außenwirkung einer Anlage? Geht es mir um den optischen Eindruck, den ein Gerät oder eine Anlage macht, wenn ich oder eventuell andere den Raum betreten? Das sind alles Dinge, die sind ja durchaus absolut legitim. Ich schreibe natürlich niemandem vor, warum er eine Anlage oder sich bestimmte Komponenten anhören oder sich zulegen soll. Aber wenn man sich über diese Sachen im Klaren ist, dann ist die Auswahl für jeden deutlich einfacher. Fehler Nummer 6. Falsche Erwartungen an die Musik. Die Violinen sollen irgendwie silbriger klingen und mehr Glanz haben. Der Bass soll mehr grummeln. Der Raum soll größer sein, spektakulärer. Ja, wenn das in der Aufnahme ist. Aber ansonsten, wenn das da nicht drin ist, dann macht es keinen Sinn, an der Anlage so lange rumzuschrauben, bis irgendwie das in die Richtung gedreht wird. Und an der Stelle sind wir dann auch wieder bei Fehler Nummer 2, dem Verwenden von unbekannter Musik. Fehler Nummer 7, und da geht es dann wirklich ausschließlich um den Kauf, ist die Mitnahme von unfassbar hohen Rabatten. Niemand hat Geld zu verschenken. Auch kein Händler. Und die besonders hohen Rabatte lassen sich besonders dann realisieren, wenn ein Gerät oder eine Anlage vorher deutlich überzogen kalkuliert worden sind. Bei Rabatten setzt aber dann leider häufig das rationale Denken aus und man ist in der Erwartung, dass man nun das ganz besonders Gutes für einen ganz besonders günstigen Preis bekommt. Das wird leider häufig enttäuscht. Fehler Nummer 8, den eigenen Stress ignorieren. Es gibt Anlagen, die lassen einen in den Sessel sinken, die Augen schließen und sich der Musik hingeben. Bei anderen Anlagen, ja, ist das anders. Da gibt es eine gewisse Unruhe. Man zappt vielleicht irgendwie bei den Titeln rum oder man dreht eine Lautstärke oder man guckt dann doch aufs Handy nach Push-Nachrichten oder Social Media, was auch immer. Und all diese Dinge, die nichts mit der Musik zu tun haben, können unterbewusste Signale von uns sein, dass wir uns gerade nicht wohlfühlen und uns deshalb mit anderen Dingen beschäftigen. Hier macht es Sinn, eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, damit man diese Signale erkennt. Fehler Nummer 9, die Übernahme von vorgefassten Meinungen. Und kritikloses Nachbeten von Dingen wie Röhren klingen ja immer besonders schön warm oder ICs klingen wie Zahnarztbohrer halten einen eventuell ab, richtig tolle Hörerfahrungen zu machen. Und zwar in beide Richtungen. Es macht sehr viel Sinn, solche Statements ergebnisoffen zu überprüfen. Man kommt in den meisten Fällen zu ganz überraschenden Ergebnissen. Fehler Nummer 10, eine Fehlerkompensationskette zusammenstellen. Was ist eine Fehlerkompensationskette? Eine Fehlerkompensationskette versucht, die groben Fehler der einen Komponente mit einem sozusagen gegenläufigen Fehler einer anderen Komponente auszugleichen. Und das führt letztendlich allenfalls zum mittelmäßiger Musikwiedergabe. Wenn ich einen Lautsprecher habe, der überzögende Höhen hat und ich nehme dafür einen Verstärker, der eine schlechte Impulswiedergabe hat und deshalb deutsch lahmer klingt, dann kann da schon nichts Gutes mehr rauskommen. Das merkt man schon, während man sich das vor Augen führt. Ich halte deshalb eine transparente, möglichst artefaktarme Wiedergabe aller Komponenten für zielführend auf dem Weg zu einer wirklich berührenden und beglückenden Musikwiedergabe. Fehler Nummer 11, Details vernachlässigen. Gerade im High-End-Bereich gilt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn man bei der Anlage an vielen Einzelheiten rumschraubt, rumoptimiert, dann erhält man hinterher zum Teil eine Wiedergabe, die deutlich mehr hergibt, als man eigentlich den Komponenten zugetraut hätte. Dazu gehört die Lautsprecheraufstellung, dazu gehört natürlich die mechanische Entkopplung, dazu gehört ganz klar das Ausphasen der Anlage. Wenn man diese Sachen vernachlässigt, bleibt man weit hinter dem Potenzial zurück, was man haben könnte. Ich selber habe als Ingenieur damals speziell nach der Hochschule gar nicht wahrhaben wollen, wie viele Dinge überhaupt Einfluss auf den Klang haben und habe mich einfach eines Besseren belehren lassen müssen und habe solche Details inzwischen in meinen Alltag beim Musikhören oder auch auf Messen eingebaut. Ausprobieren hilft und ist Teil des wunderschönen Hobbys HiFi. An der Stelle trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen bezüglich Händlervorführungen. Wie viel Mühe gibt sich der Händler? Was optimiert er an der Anlage, damit sie wirklich bestmöglich spielt? Fehler Nummer 12, die Vernachlässigung der Raumakustik. Der Raum, in dem die Anlage spielt, ist die wichtigste Komponente überhaupt. Hier kann man mit sehr kleinen Eingriffen eine beachtliche Wirkung erzielen und das Niveau der Musikwiedergabe auf ein Level hieven, von dem man vorher nicht gedacht hätte, dass es möglich wäre. Das Wichtigste, finde ich, immer noch ist tatsächlich der Teppich zwischen Lautsprechern und Hörplatz. Der ist einfach essentiell, weil dann die erste Reflexion der Lautsprecher über dem Boden minimiert wird. Ein sehr wirksames Mittel zur Verbesserung der Raumakustik sind sogenannte Pseudostukleisten, die man also oben in die Raumkanten klebt und die im wahrsten Sinne des Wortes den Raum akustisch entschärfen. Und ansonsten kann man eine Menge tun. Es gibt inzwischen für, wenn man Designbeauftragte zu Hause hat, die nicht so gerne irgendwelche Veränderungen im Wohnraum haben möchten, es gibt Akustikbilder, mit denen man am Raum was machen kann. Es gibt natürlich ansonsten Teppiche, Polster und so weiter. In vielen Fällen ist ja der Raum eher zu hallig als zu bedämpft. Und wenn man hier an der Stelle einfach nicht bereit ist, da was zu tun, dann nutzen auch die teuren Komponenten leider nichts. So, das war es dann von meiner Seite. Wenn euch noch was einfällt, was man für Fehler machen kann und am besten auch, wie man diese Fehler vermeiden kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.